Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mafia. Ja, wir sind exakt an der gleichen Stelle stehen geblieben, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Das letzte Mal sind wir eher durch die Bude da drüben geschlichen. Und jetzt müssen wir hier irgendwie durchkommen. Da sind auf jeden Fall ein paar Typen, die hin und her latschen und nicht so aussehen, als ob die mich einfach vorbeilassen wollen würden. Ach, aber guck mal, da unten sehe ich jetzt schon eine Kiste. Also da ist ein Arbeiter, den wollte ich jetzt eigentlich nicht anglotzen. Kann ich immer um die Ecke, danke. Aber da ist schon eine Kiste. Die habe ich gerade gesehen. Also da wollen wir hin. Cool. Haben wir das schon mal ausgelotet. Jetzt nur die Frage, wie wir die hier klein kriegen. Das könnte auch wieder ein bisschen schwieriger werden, weil ich weiß gerade nicht, wo ich die dann unterbringen soll. Wenn ich die einmal umgelegt habe. Ich weiß halt nicht, ob die schon versteckt genug sind, wenn ich die zwischen den Balken umlege. Oder ob ich die dann nochmal irgendwo anders hinschleifen muss. Das ist halt so die Frage. Das müssen wir, denke ich, mal ausprobieren. Ich weiß auch nicht, wann ich genau rüber kann, weil jetzt glotzt der eine Typ mich nämlich genau an da hinten. Kann natürlich sein, dass ich da trotzdem einfach jetzt, okay, 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 okay. Sind wir schon mal eine Stufe weiter. Wobei die Frage wäre natürlich auch, ich meine, die gucken ja nur hier oben. Ich gucke mir das mal kurz an. Denkst du, der kann von hier aus den kompletten Bereich unten überwachen? Ich meine, der guckt ja nicht übers Geländer. Vielleicht kann ich einfach hier an der Seite die Treppe runter, ohne dass mich jemals irgendwer sehen wird. Dann muss ich nur mal gucken. Dann würde ich nämlich einmal nach rechts gehen, weil da nämlich, äh, oder ich, ich gucke mal, ob ich da hinten hinkomme. Ach doch, da unten ist ein Arbeiter, verdammt. Habe ich hier eine Karte von? Nee, natürlich nicht. Ja, ich frage mich halt, also ich denke mal, die Arbeiter, die finden mich auch nicht so cool, wenn ich hier einfach runter renne. Ich werde trotzdem mal nach hier hinten laufen, einfach nur um zu gucken, wo die Arbeiter denn sind. Damit ich die eventuell umgehen kann. Jetzt sehe ich natürlich keinen. Das ist natürlich wieder beste Voraussetzung. Ach, da ist einer. Okay. Also rein theoretisch, wenn der so in die Richtung läuft, dann könnte ich runterschleichen. Und ich gehe mal von aus, dass dann hier auch nur einer ist. Warte mal kurz. Hier ist übrigens ein Buch. Das hole ich mir auch gleich mal. Ich warte nur kurz, bis der eine Typ sich wieder umgedreht hat. Weil ich nämlich nicht weiß, ob der mich hier sieht. Okay, die sind aber tatsächlich nicht komplett synchron. Weil jetzt laufen die nämlich beide gleichzeitig nach da hinten auf die andere Seite. Und vorher ist das immer mal so ein bisschen abwechselnd passiert. Gucke ich hier nochmal, ob ich hier irgendwas sehe? Nee, okay, 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 okay. Hm, okay. Ja, man könnte es versuchen, ob man da so runterkommt. Weißt du was, ich versuche es einfach mal. Verlieren kann ich ja eh nichts. Wahrscheinlich ist das da drüben der Checkpoint. Also von daher. Wenn die gleich wieder... Okay. Okay, jetzt kommt der natürlich direkt hier angelatscht. Dann warte ich den nochmal kurz ab. Verdammt, okay. Ich hätte mich hinter der Kiste verstecken können. Aber war ich gerade ein bisschen zu sehr schisser fühlen. Kann ich lieber nochmal einen Schluck trinken? Schönes Wasser. Rum, rum, rum. Okay. Aber eben beim nächsten Zyklus sollte es passen. Weil jetzt latscht der ja wieder nach hinten. Und die sollten sich gleich wieder beide umdrehen. Los, dreh dich um, 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 dreh dich um. Los, los. Danke. Und jetzt kann ich nämlich runter. Und jetzt ist der Typ nämlich mit dem Rücken zu mir. Kann ich mich nämlich hier hinstellen. Okay. Dann gehe ich nämlich einfach hier hin und mache den da klein. Weil das ist nämlich, glaube ich, der einzige, vor dem wir hier unten irgendwie aufpassen müssen. Sonst scheint hier unten ja keiner rumzulaufen. Bedeutet, wenn ich den hier in die Ecke schmeiße, dann findet ihr den wahrscheinlich heute Nacht niemand mehr. So. Und dann kann ich mich nämlich hier drüben zumindest schon mal austoben. Dass ich so ein bisschen aufpasse, wo die Typen rumlaufen. Immer noch nichts. Und solange ich mich jetzt ein bisschen bedeckt halte und hier so. Ja, guck mal. Hier, die sehen mich doch hier gar nicht. Geiler Scheiß. Da muss ich nur gucken. Okay, hier kannst du schlecht durchgucken. Na, ich riskiere es einfach mal. Ja, guck mal. Läuft doch. Was natürlich auch geil wäre, ist, wenn ich mich hier einfach als Arbeiter verkleiden könnte. Also ich meine, einfach so hier rumlaufen, dass die denken, okay, das ist einfach ein Arbeiter. Aber ich glaube, das ist nicht so geplant. Also ich glaube, das würde nicht funktionieren, weil sonst hätten Sam und Pauli mir ja von Anfang an so ein Outfit gegeben. Okay, wo muss ich hin? Okay, da steht auf jeden Fall einer. Ist die Frage, ob das der Einzige ist, der hier so... Ah, okay, der bewegt sich aber. Das ist schon mal gut. Ich gucke erst mal kurz in die Richtung hier. Okay, hier ist keiner. Dann machen wir kurz den hier weg. Cool, cool, cool. Nee, da oben, die sehen mich auch nicht so. Okay, der könnte vielleicht gerade ein bisschen nahe kommen, aber ich glaube, das läuft alles. Legen wir den auch hier wieder in den Schatten. Dann haben wir nämlich jetzt die drei hier, die wir kontrollieren können. Ich bin aber gerade am Überlegen. Ich glaube, ich würde sogar nochmal zurückgehen. Also hier wissen wir ja, dass wir relativ sicher sind. Ich denke nicht, dass der Typ hier wieder aufsteht. Wobei ich nicht weiß, ob die überhaupt bewusstlos oder tot sind. Habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Könnte nämlich tatsächlich sein, dass die nur bewusstlos sind. Aber dann würde ich jetzt nämlich erst mal hier hingehen. Weil wir ja nicht hier noch eine haben. Wobei das jetzt natürlich ein bisschen auffälliger sein könnte. Das ist jetzt natürlich ungünstig. Okay, sobald der Typ irgendwie in meine Nähe kommt, werde ich den auf jeden Fall erst mal einkassieren. Okay, der will irgendwie nicht in meine Nähe kommen, habe ich so das Gefühl. Wahrscheinlich läuft der nur zwischen den Kisten hin und her. Läuft der jetzt nach links? Okay, jetzt ist der da hinten. Ich weiß halt nicht. Ich gehe einfach mal hier hin und zu gucken, ob der mich sieht. Okay, ich glaube, das könnte sogar was werden. Wenn ich hier warte, bis der Typ an mir vorbei ist und dann... Oh Gott. Ja, geh doch. Tommy! Lol! Ich wollte ihn angreifen, aber Tommy ist nicht aus seiner Verdeck... Äh, ver... Links rausgegangen. Aus seinem Versteck. Okay. Aber ich meine, guck mal, wir haben uns hier geprügelt. Der Typ da oben ist bestimmt zwischendurch mal hin und her gelaufen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der uns... Ja, ja, die sehen uns hier nicht. Die sehen uns nicht. Alles gut. Keine Panik auf der Titanic. Also ich glaube, wir können hier unten jetzt tun und lassen, was wir wollen. War jetzt nicht so geplant. Also eigentlich... Okay, vielleicht warte ich ganz kurz. Bis der da weg ist zumindest. Der andere, der ist ja dann hinter einer Kiste. Genau. Perfekt. So macht mir das Spaß. Kommt auch ein bisschen Spannung in die Kiste hier. Ich meine, vorher alle um zu klatschen wäre ja langweilig. Waren wir schon so ein bisschen... Am Limit leben, sag ich mal. No risk, no... Genau. Reden kann ich auch nicht mehr. No risk, no fun, wollte ich sagen. Aber okay, gucken wir mal. Hier den Typ haben wir ja auch eben gerade nochmal umgelegt. Bedeutet. Ich warte kurz, bis der hier an dieser Öffnung vorbei ist, weil ich nicht weiß, ob der vielleicht hier die Treppe runter gucken kann. Okay. So, bedeutet aber, wir können jetzt nach hier weiter laufen. Und dann sind wir eigentlich fein raus. Also ich... Ups. Ich wollte gerade sagen, ich gucke mal so ganz leicht um die Kurve und auf einmal sprinte ich hier vorbei. Mal gucken wir nochmal, ob hier jetzt vielleicht... Ich gucke erstmal, ob hier noch irgendwelche Arbeiter sind. Das Licht blendet mich natürlich ein bisschen, aber ich glaube, hier sind keine Arbeiter, die mich irgendwie sehen könnten. Von daher machen wir einfach mal unser Ding hier. Ich meine, so viele Kisten können es ja gar nicht mehr sein. Das ist allerdings korrekt. Auf einmal steht jetzt doch einer vor mir, das wäre natürlich cool. So, jetzt nochmal gucken. Okay, ich glaube, der könnte mich von hier auch nicht sehen. Weil... Okay, hier sind wir auf jeden Fall noch unten drunter. Aber die... Dieser Weg, der geht ja bis nach da drüben. Von daher... Also wenn er jetzt halt hier schon, ich sag mal, da bei... Über der Wand vorbei... Also über diesem... Ne, hier über dem Teil. Wenn das hier schon vorbei wäre, dann wäre die Gefahr wahrscheinlich ein bisschen höher, dass der eine Typ mich sieht. Aber ich glaube, so besteht da keine große Gefahr. Ich verstecke mich trotzdem einmal hier. Bis der vorbei gelaufen ist. Nur wegen der Sicherheit. Und damit ich mal sehe, ob ich seinen Kopf sehen kann. Ja, seinen Hut kann ich sehen. Ja, seinen Hut kann ich sehen. Aber wer weiß, was der tut. Der Hut. Okay. So, letzten. Die hier und dann noch da drüben die. Ob das Ding so programmiert ist, dass es immer die letzte Kiste ist. Oder ob es einfach immer die hier ist. Alles klar. Hab sie. Einfach so... Nur reingeguckt. Und direkt... Ah, hallo. Ich hab sie. Hauptsache einfach nur so kurz reingeguckt und direkt gesehen, da sind die Amanten. Sieht gut aus, Jungs. Gut. Laden wir sie ein und hauen wir ab. Ja, dann go, go, go. Macht ein bisschen schneller. Ich glaube, wenn Tommy hier gesehen wird, wäre nicht so cool. Aber ich meine, was wäre denn eine Mission, ohne dass es die Schießerei gibt? Wäre ja langweilig. Das ist die letzte. Verschwinden wir. Ich sitze nicht wieder hinten. Du bist sowieso der bessere Fahrer. Fahr uns nur nicht in die Bucht. Na toll. Dann sehen die mich doch bestimmt gleich und... Ja. Scheiße. Hört ihr das? Los, Tom. Gib Gas. Was hab ich euch denn gesagt? Machen Tom nicht gemütlich hier, oder? Durch das Tor. Okay. Wobei ich mir mehr erhofft hätte. Also... Mehr... Mehr erwartet hätte. Keine Ahnung. Wir fliegen in einem tollen Laster. Ich will überall Straten sperren. Sind sicher alle Cops der Stadt unterwegs? Okay, wir fahren mal nach hier. Verschwinden wir. So schnell du kannst, Tom. Ach, warte kurz. Wir müssen nur aus dem Gebiet raus. Ja, cool. Okay, dann fahren wir doch nach hier hinten. Okay, ich dachte jetzt... Äh... Leute, auf... Hauptsache der... Laster ist einfach komplett am Arsch. Aber okay, ich dachte jetzt... Ich fahre nicht hier lang über die Hauptstraße, weil da bestimmt Straßensperren kommen. Aber wenn wir nur aus dem Gebiet raus müssen, dann ist ja kein Ding. Hallo. Ach, verdammte Scheiße. Das hat natürlich super funktioniert. Ich dachte, ich halt... Ich dachte halt, ich muss tatsächlich nur... Loll, jetzt ist hier einfach ein Tor. Ja, moin. Danke dafür. Danke für nichts, Leute. Äh, ja, ich dachte, wie gesagt, ich muss nur aus dem Gebiet raus. Aber... Loll. Hallo. Nee. Lass mal. Hört mal auf, Leute. Ist nicht so cool jetzt hier. Dann müssen wir halt doch hier lang. Verdammt. Hätte ich die erste, äh... Dings nehmen müssen. Die erste Route, die ich gewählt hatte. Loll. Ja, geil. Bin ich oben mit dem... Dings dran hängen geblieben. Das war natürlich nicht so. Kann ich eigentlich schießen? Okay, ich kann sogar schießen. Nice. Verdammt, der LKW ist kaputt. Okay, 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 okay. Aber jetzt weiß ich ja, dass diese Ausrufezeichen defekt sind. Also Polizisten oder keine Ahnung. Von daher kann ich die noch ausweichen. Ich wusste nicht mal... Also ich habe nicht mal gecheckt, dass ich vorher gar keine Cops hatte. Ich dachte, ich hatte die von Anfang an. Aber irgendwie scheinbar nicht. Sind sicher alle Cops der Stadt unterwegs. Okay, fahren wir hier. So schnell du kannst, Tom. Aber gucken wir mal. Okay, also die Idee, die ich zuerst hatte, von wegen nicht über die Hauptstraßen fahren, ist auf jeden Fall schon mal ganz cool. Bedeutet, ich werde es jetzt hier geradeaus fahren. Und dann bin ich wieder auf einer Hauptstraße. Geil. Aber nee, dann kann ich hier zwischen den Gassen lang. Und dann kann ich hier zwischen den Gassen lang. Und dann kann ich hier zwischen den Gassen lang. Ja, ich glaube, das wird schon. Versuchen wir das einfach mal. Wir haben ja gesehen, dass wir jetzt auf der Straße relativ... Also auf der Minimap relativ schnell die Leute angezeigt bekommen. Da zum Beispiel sehen wir, dass da schon eine Straßensperre ist. Nur ein Kontrollpunkt. Machen den weiten Bogen, Tom. Hier lang kann ich fahren, wenn die uns hinter... Also wenn die da uns nicht sehen. Ja, das hat perfekt gepasst. Guck mal, wie gut das funktioniert. Okay, da muss ich jetzt kurz warten, weil sonst sehen die uns garantiert. Aber sieht so aus, als ob wir einen Moment Zeit hätten. Okay. Ich glaube, das sollte reichen. Dann fahren wir nämlich hier lang. Wir haben auf jeden Fall richtig Schiss in der Box, Junge. Okay. Jetzt nochmal guten Planung. Am besten fahre ich direkt hier so links lang. Und dann hier quer über die Straße. Oder warte, wo muss ich denn hin? Wahrscheinlich zu Salieri, oder? Dann würde es vielleicht Sinn machen, wenn ich hier hinten rumfahre, falls das geht. Hier so. Ich weiß halt nicht, ob hier... Das Ding ist, hier sind ja Grünflächen. Da könnten halt dann auch Zäune und sowas sein. Nur wenn ich jetzt hier lang fahre, weiß ich nicht, wo ich rauskomme. Obwohl, ich könnte hier lang und dann einfach über die Bahnschienen fahren. Das könnte eine coole Idee sein. Okay, das versuche ich mal. Das versuche ich, das versuche ich. Das hört sich nach einem guten Plan an. Ich werde mal schön Minimap im Auge behalten, aber jetzt gerade sieht es hier ruhig aus. Und wenn ich dann hier lang fahre, dann ist jetzt zwar ein Tor, aber das hält uns ja bestimmt nicht auf, oder? Okay. Wäre ja auch zu schön gewesen. Oh, oh. Okay, warte, ich fahre wieder zurück. In mein Versteckchen. Aber warte kurz, jetzt fahren die. Okay, die fahren tatsächlich auch hier zwischen den Häusern lang. Das ist natürlich nicht so cool. Das verwirrt meine Pläne jetzt wieder ein bisschen. Aber dann müssen wir wohl einfach hier querfeldein. Dann fahren wir einfach geradeaus. Hier drüben, die Straße ist ja auch nicht so fett. Und dann können wir vielleicht nach oben aus dem Gebiet raus. Ich muss nur weit genug vorausschauend fahren. Weil wenn die nämlich gleich auf einmal vor mir spawnen, dann ist das mit dem Bremsweg von dem Lkw hier ein bisschen kritisch. Ah, coole Kiste. Okay. Nass. Okay, ich mache langsam. Allerdings. Wenn wir sowas wieder machen, brauchen wir einen besseren Plan. Mehr Fakten. Warum? Er hat die Diamanten doch gefunden. Ja, aber nächstes Mal. Was? Wir klären vorher alles mit dir, weil du dich mit solchen Jobs auskennst? Leute, ich muss fahren. Wir wollen zur Lagerhalle zurück, ohne das LHPD an den Fersen, oder? Klar. Wir haben die Diamanten. Der Boss wird zufrieden sein. Mehr zählt gerade nicht. Nach der Schinderei mit den Kisten sollten die Diamanten so groß wie das verdammte Ritz sein. Da bin ich auch mal gespannt, ob wir die mal sehen oder so. Ja, kein Stress hier. Also, ich würde gerne sehen, was die für Diamanten geholt haben. Und wie viel die bringen und so. Weil ich meine, für den Aufwand muss das ja schon tatsächlich ein bisschen was bringen. Wobei, also, Aufwand ging ja sogar. Ja, ich habe Vorfahrt, Junge. Also, Aufwand ging ja sogar. Aber war halt trotzdem risky. Also, wenn die uns gesehen hätten, was die ja ein paar Mal haben, dann, ja. Also, war schon besser bewacht als andere Missionen, die wir ausgeführt haben für den Don. Das muss man auf jeden Fall mal so sagen. Also, hm. Aber ich frage mich halt immer noch, was das jetzt soll. Also, warum Diamanten klauen? Warum, also, ne? Wie gesagt, wir sind ja hier in der Stadt, die eigentlich zu einem großen Teil dem Don gehört. Und alle Leute haben Respekt vor ihm. Und ich dachte, dass er jetzt mittlerweile auch ein paar Politiker und sowas geschmiert hat. Also, sollte doch alles in seinem Interesse laufen. Egal, was er will. Oder nicht? Aber okay. Ich meine, der wird schon seine Gründe haben. Vielleicht will er uns auch einfach nur langsam mal loswerden. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich weiß halt nicht, ob er sowas machen würde. Also, ob es, ob die Zeichen... Oh Gott. Das war mal knapp nicht. Ich weiß halt nicht, ob die Zeichen schon so schlecht stehen, dass wir kurz davor sind, ins Grab befördert zu werden. Also, ich meine, wir haben ja in dem Intermezzo, haben wir ja schon gehört, dass Tommy sich irgendwann angefangen hat, Sorgen zu machen. Von wegen, weil er halt nicht wusste, wann er von seinen Freunden hintergangen wird und so weiter. Weil da gab es ja diese Geschichte von Zagiri und Morello. Weil die halt... Genau, die waren ja mal Freunde und dann haben die sich ja, glaube ich, gegenseitig hintergangen. War das so? Ich bin mir nicht sicher. Genau. Und dann sind die ja Feinde geworden und haben sich gegenseitig versucht zu töten und so weiter und so fort. Und das ist ja so eine Sorge, die Tommy auch hatte. Aber ist halt die Frage, ob er solche Sorgen auch vorm Don haben muss. Weil der Don, der ist ja zur Zeit zumindest noch ein bisschen einflussreicher als Sam und Pauli. Wobei die denn... Die uns natürlich beide trotzdem killen könnten. Ich meine, so ein Schuss ins Gesicht und dann ist es erstmal gute Nacht. Aber, hm. Holy moly, um. Ballert die einfach über die Straße, ich glaube es ja nicht. Über diese Rowdis. Hallo. Ja, okay. Wie gesagt, Vorfahrtsregeln kenne ich immer noch nicht so genau. Ich dachte, ich könnte sie. Habe mich getäuscht. Ich dachte, danach würde ich sie kennen. Habe mich wieder getäuscht. Also von daher. Habe ich einfach mittlerweile die Hoffnung aufgegeben. Aber jetzt ist tatsächlich relativ wenig los hier, was Polizei angeht, muss ich sagen. Also ich meine, sonst sieht man ja immer mal so ein bisschen Polizei. Und gerade jetzt, wo die so krass auf der Suche sind nach den Diamanten und so weiter. Sollte man doch meinen, dass die die Stadt ein bisschen genauer durchkämmen. So, überholen wir hier immer mit 3 kmh. Hm, ne? Vor allem, wobei, wahrscheinlich wissen die davon auch nicht mal was. Also die Leute vom Zollamt, die werden wahrscheinlich ein bisschen Schiss haben. Und wahrscheinlich werden die dann ein bisschen zögern, denen das zu sagen. Was halt eigentlich dumm ist, aber ich meine, ey, so sind Menschen. Von daher kann ich mir vorstellen, dass die Bullen das noch gar nicht wissen. Dass jetzt überhaupt hier so ein Diebstahl im Gange ist. Wobei ich mich sogar frage, wie die uns überhaupt gesehen haben. Weil ich meine, ja, wir sind ja auch relativ lautlos dadurch. Wobei kann natürlich sein, dass im Endeffekt dann doch irgendwie eine Leiche gefunden wurde oder ähnliches. Oh, Pauli, hab ich mir ja mal am wenigsten Sorgen gemacht. Oh, nein. Ja, bin ich. Wo sind die Diamanten? Gibt keine. Das ist die wahre Beute. Ah, lol. Nein. Nein, 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 nein. Der Don sagte, wir klauen Diamanten. Du kannst jede Kiste öffnen, da sind keine. Wir setzen unser Leben für diese Scheiße aufs Spiel. Sieht so aus. Beruhig dich, lieber Pauli. Der Don kommt scheiße. Wir sagen kein Wort darüber zum Don. Wenn wir es hätten wissen sollen, hätte er es uns gesagt. Er war nicht ehrlich. Ja, aber vorerst. Halten wir unsere Schnauzen. Klar? Ja, okay. Pauli? Ja, ja, ich werd nix sagen. Habst du Probleme, Jungs? Eine der Kisten hat was abgekriegt. Wirklich? Ja, sieht nicht schlecht aus. Vielleicht sind ein paar Zigarren kaputt. Aber sonst sollte die Ware okay sein, Boss. Außerdem gibt's ja nichts härteres als Diamanten. Außer meinen Schwanz vielleicht. Ja, moin. Ja, bravo, Jungs. Bravo. Ihr könnt euch auf einen schönen Bonus freuen. Peniswitze 19. Warte, was war's? 38? Weiß ich. Diese Idioten werden das übernehmen. Sicher? Was hab ich gesagt? Okay, Boss. Wir hauen ab. Sir, bring mich zurück zur Bar. Klar, Boss. Kommt ihr mit? Wir nehmen den Zug. Lul. Auffälliger geht's ja auch nicht. Okay. Wir sehen uns. Also, ist auf jeden Fall echt ein bisschen weird. Ich kann Pauly da auf jeden Fall ein bisschen verstehen. Aber ganz so auffällig wäre ich trotzdem nicht. Verdammt. Ich hab die Schnauze voll. Hätten die uns mit dem Stoff erwischt, wären wir im Knast gestorben. Ja, aber was willst du machen? Hab ich dir schon gesagt? Die Bank? Ja. Mir egal, was. Tem sagt. Ich hol mir den Zaster. Was springt raus? Hast du mit? Wir reden nur. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Oh oh. Also halte ich auch trotzdem nicht für eine gute Idee. Weil wenn der Ston böse ist, dann rastet der ja auch manchmal ein bisschen aus. Wie wir wissen. Welche Bank? Grand Imperial. Grenze North Park und Zentrum. Ja. War vor längerem mal da. Scheint nicht gut geschützt zu sein. Leichte Flucht? Kassierer, die sich wohl nicht wehren würden. Geht nicht allein. Mal sehen. Ich verkaufe kein Teer für den Don, ohne dass wir beteiligt sind. Und ich weiß nicht. Ich will die Straße nie wiedersehen. Welche? Auf den Knien. Arme Tussi kriegt was ab, weil sie uns in die Quere kommt. Zur falschen Zeit am falschen Ort. Pech gehabt. So läuft es bei uns immer. Ich sag's dir, Tom. Es ist perfekt. Ich hätte dich nicht dazu geholt, wenn ich von der Sache nicht überzeugt wäre. Wir werden sehen. Bevor was passiert. Wenn Polly das sagt. Falls ich geschnappt werde, ist es mit Sarah aus. Wenn Polly sagt, dass es perfekt läuft, dann kann das ja eh nur schief gehen. Aber wie gesagt, für so eine gute Idee halte ich das trotzdem nicht. Ich muss jetzt hier endlich an den Nagel hängen. Wer weiß. Familienleben ist nichts für dich, Polly. Nach einem halben Jahr verpasst du dir aus Langeweile eine Kugel. Mann. Ich bin schon seit langer Zeit soweit. Oh. Wir sitzen hier rum seit sechs Monaten. Spielen Karten, aber nur rum. Ich werde langsam faul. Dann geht alles daneben und ich muss wieder in Schwung kommen, sonst bin ich tot. Manchmal schlafe ich fast ein, wenn der Don von den guten alten Zeiten erzählt. Ich habe die Scheiße schon tausendmal gehört und am nächsten Tag? Am nächsten Tag fliegen Kugeln und ich scheiße mir fast in die Ohse. Ich habe so die Schnauze voll, Tommy. Du suchst nach dem großen Ding. Klar, ein Wunschtraum. Jeder kleine Gangster träumt davon, sein letztes großes Ding zu drehen. Wenn wir das schaffen... Keine Ahnung. Dann könnte ich vielleicht sogar eine kleine Pizzeria oder sowas eröffnen. Klar. Aber wenn wir das machen, warten wir, bis alles wieder ruhig ist. Ha, ich habe dich schon an der Angel. Vielleicht. Wie gesagt, für so eine gute Idee halte ich das trotzdem nicht. Vor allem, wenn es Paulis Plan ist. Und wir wissen ja, wie Pauli so drauf ist. Ist ja noch nie was schief gegangen bei ihm. Habe ich eigentlich echt nicht so Bock drauf. Und ich meine, okay, der Don, der hat uns nicht die Wahrheit gesagt. Aber ihn deswegen jetzt hintergehen ist halt trotzdem nicht so cool, denke ich. Also nicht wegen Menschlichkeit, sondern weil er halt, wie gesagt, immer noch der Einflussreichste in der Stadt ist. Von daher weiß ich nicht, ob das so klug ist. Da würde ich, glaube ich, erst mal aus dem Don irgendwie rausbekommen, warum der uns nichts gesagt hat. Und den dann hinterher eventuell zu Rede stellen, wenn ich es mal so ausdrücken soll. Aber naja, ist auch egal. Wir gucken auf jeden Fall nächste Folge mal weiter, was dann so alles passieren wird. Aber jetzt würde ich sagen, war es das erstmal für heute. Bisher hat er doch wieder ein bisschen länger geworden, die Folge. Von daher vielen Dank fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Ciao.